Der wichtigste Faktor in der Erfolgsgeschichte des Osmanischen Reiches war zweifellos das Militär. Ohne das schlagkräftige Heer hätte das Reich nie einen so großen Einfluss auf die europäische Geschichte und die des Nahen Ostens ausüben können. Und auch innerhalb des Reiches besaß das Militär ein besonderes politisches Gewicht. Neben einem sehr gut strukturierten Herrwesen bestand der Kern des Heeres hauptsächlich aus Janitscharen. Die Janitscharen waren die Elite-Truppe, die bestens ausgebildet waren, ständig unter Waffen standen, hart und unablässlich trainierten und weitaus disziplinierter waren als jede andere seltene Armee der Zeit. Unter Suleiman den Prächtigen waren die Janitscharen die modernste, ordentlichste und gehorsamste Armee ihrer Zeit. Man weiß bis heute nicht, wann sie gegründet wurden, doch man vermutet, dass sie im Verlauf des 14. Jahrhunderts strukturiert wurden. Die Zahl der Janitscharen wuchs im Verlauf der Jahrhunderte. Neben vielen anderen Einheiten, wie Sipahi-Burschen, Waffenträger, Akunjis und viele weitere Einheiten, zählte man zu Beginn nie mehr als 10.000 Janitscharen. Zur Zeit des Sultans Suleiman waren es 20.000 Mann. Um 1630 zählte man 80.000 Janitscharen. Doch wo bekam man so viele Männer her? Mit der Gründung der Janitscharen wurde auch die Knabenlese, damals Devshime genannt, im Osmanischen Reich eingeführt. Die Janitscharen wurden mittels der Knabenlese rekrutiert. Zunächst hatte man noch erbeutete Christenkinder herangezogen, doch in der Folgezeit rekrutierten die Truppen eher nach Bedarf. Acht- bis 20-jährige Knaben wurden aus Albanien, Bulgarien, Armenien, Kroatien, Ungarn und Serbien nach Istanbul in die Hauptstadt geschickt. Hier wurde dann entschieden, wer von denen für eine Ausbildung an Palastschulen in Frage kam und wer in anatolischen Familien geschickt wurde. Dabei wurde darauf geachtet, dass es keine Einzelkinder, keine Verheirateten, keine sehr kleinen und keine sehr großen und keine Hirtenkinder waren. Erst dann wurden sie zur Militärausbildung geschickt. Einigen dieser rekrutierten Christenkinder gelang der spätere Aufstieg in die höchsten Staatsämter. Großvisiere, Marineadmirele oder Hofarchitekten stammten immer wieder aus ihren Reihen. Wir finden sie unter den berühmtesten Amtsträgern des Reiches. Auch Mehmed Pasha oder der Architekt Sinan waren einst durch die Knabenlese nach Istanbul gekommen. Die Janitscharen unterscheiden sich vom Aussehen von anderen Soldaten im osmanischen Heer. Man erkannte sie hauptsächlich an ihrer Janitscharenhaube Ketje. In Friedenszeiten befanden sich die Janitscharen im Palast als Wächter des Sultans oder sie trainierten in ihren Korps. In Kriegszeiten war es hauptsächlich deren Aufgabe, sich in der Nähe des Sultans zu befinden und ihn zu schützen. Sie waren keine Vorreiter und wurden in den Schlachten erst in den letzten entscheidenden Phasen eingesetzt. Doch ab dem 16. Jahrhundert ändert sich die Bedeutung der Janitscharen. Im musulmanischen Reich sorgten ausbleibende Staatseinnahmen und der Verfall des Sultans für krisenhafte Veränderungen. Die Kosten für die Janitscharen waren eine besondere Belastung für den Haushalt, weil ihr Korps fast ein Drittel aller Staatsausgaben in Anspruch nahm. Hinzu kamen Korruptionsvorwürfe und Ämterverkäufe. Davon wurde das Rekrutierungssystem sehr stark beeinflusst und verlor an Bedeutung. Durch Ämterkauf gelangten ungeeignete Knaben in die Truppe. Zudem war es den Janitscharen erlaubt, zu heiraten und Gewerbe zu betreiben. Immer mehr Söhne der Janitscharen und erwachsene Muslime wurden gegen Geldzahlungen in die Korps aufgenommen. Die Missstände zerstörten die eigentliche Disziplin und Gehorsamkeit der Janitscharen, die auf ihre Kampfqualität und Moral wirkte. Nun kam es sogar zu Aufständen der Janitscharen. Einer der schlimmsten Aufstände war unter dem Gensch Osman II. Gensch Osman wollte aufgrund der vielfältigen Niederlagen und Disziplinlosigkeit der Janitscharen in Kriegssituationen die Truppe auflösen und eine neue Armee aufstellen. Doch die Janitscharen rebellierten und sorgten für einen Aufstand. Während des Aufstands töteten sie den Gensch Osman. Auch Sultan Murad IV. und Sultan Mehmed IV. waren Opfer solcher Aufstände. Als auch Mahmud II. an die Macht kam, wollte er die Korps der Janitscharen reformieren. Ihre Aufstände und Disziplinlosigkeiten schwächten die Innen- und Außenmacht. Er ersetzte die Janitscharen durch neue und modernere Einheiten, worauf die Janitscharen 1826 letztmalig rebellierten. Am 15. Juli 1826 entledigte sich der Sultan in einer blutigen Aktion, in der 10.000 Janitscharen getötet wurden. All ihre Unterkünfte wurden niedergebrannt und Überlebende wurden verfolgt und hingerichtet. Alles, was zu den Janitscharen gehörte, wurde vernichtet. Dieses blutige Ende wurde als heilsamer Vorfall bezeichnet. Bis heute gibt es in der Großstadt Istanbul keine Befunde zu den Janitscharen. Nur wenige Grabmäler in Museen und einige Straßennamen sind erhalten.